Hey, falls du dich schon angemeldet hast morgen zu unserem Webinar, dann klick jetzt einfach weg und mach was Schöneres. Falls nicht, dann jetzt nochmal hier die herzliche Einladung zu dem Webinar morgen 17.07.19 bis 21 Uhr mit mir und Franzis Herdes zum Thema Liebe dich selbst. Franzis wird dich mit ihren ätherischen Ölen im Alltag unterstützen. Sie wird dir zeigen, welche Auswirkungen ätherische Öle auf dein Leben haben und wie sie dich auch in die Selbstliebe bringen können. Ich nehme dich an die Hand und führe dich durch ein kleines Coaching, in dem du Glaubenssätze auflösen kannst und in dem du in deiner Selbstliebe baden kannst. Eine schöne Meditation, die sehr tief gehen wird und wo du richtig in das Gefühl von Selbstliebe kommst, damit du sie mit in den Alltag nehmen kannst und sie umsetzen kannst. Weil wenn du in der Selbstliebe bist, dann wird sich einfach dein Alltag verändern, dein Leben wird sich verändern. Und das kann ein Impuls sein, den wir morgen setzen wollen. Von daher sei mit dabei, morgen Abend 19 Uhr, klicke jetzt hier auf den Link und wir sehen uns morgen Abend. Ciao!